Hallo und herzlich willkommen zurück bei Einfacher Elektronik. Beim letzten Video hatten wir uns eine Leiterplatte angeschaut. Jetzt kommen wir zum MOSFET. Der MOSFET ist ein ganz wichtiges Bauteil in der Elektronik. MOSFET ist einfach die Abkürzung für Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Einfacher ausgedrückt, wir behandeln einfach einen sehr wichtigen Typ von Transistor. Hier unten habe ich den Aufbau maskiziert. Das Basismaterial, aus dem das Ganze besteht, ist Silizium. Silizium ist ein Halbleiter. Um den leitend zu machen, wird hier ein P-dotierter Bereich und hier ein N-dotierter Bereich definiert. Der P-dotierte Bereich entsteht dadurch, dass man das Silizium mit dreiwertigen Fremdatomen anreichert. Da nimmt man vorzugsweise Bohr. Das Ganze nennt man dann einen Akzeptor. Dreiwertig deshalb, weil das Bohratom drei Außenelektronen hat und ein Elektron dann von dem Siliziumatom aufnehmen kann. Das Ganze nennt man dann eine P-Dotierung, hier in diesem Bereich. Und diese zwei definierten Bereiche sind dann N-dotiert. Bei einer N-Dotierung wird in das Silizium ein fünfwertiges Fremdatom angereichert. Da nimmt man vorzugsweise Phosphor. Das Phosphoratom hat in der äußersten Hülle fünf Elektronen und ist in der Lage, ein Elektron abzugeben. Man nennt das dann hier N-dotiert und hier P-dotiert. Zwischen den beiden N-dotierten Bereichen bildet sich, wenn der MOSFET leitend wird, ein sogenannter Inversionskanal. Den habe ich hier mal eingezeichnet. Und nach diesem Kanal ist der MOSFET auch benannt. Heißt, wir betrachten hier ein N-Channel MOSFET, auf Deutsch N-Kanal MOSFET. Warum? Weil der Bereich N-dotiert ist, der Bereich ist N-dotiert und zwischen den beiden Bereichen bildet sich ein Kanal aus. Deshalb N-Kanal MOSFET. Dort drüber ist eine Oxidschicht, die besteht aus Siliziumoxid, also einfach Silizium in Verbindung mit Sauerstoff. Diese wirkt elektrisch isolierend und da drüber ist das Gate aufgedampft worden aus Polysilizium. Wir haben also hier oben die Gate-Elektrode, hier angeschlossen an das N-Plus-Gebiet Source, hier angeschlossen an das N-Plus-Gebiet Drain und ganz unten ist der Balkanschluss. Schematisch vereinfacht ist das Ganze hier. Das Gate haben wir hier vorne, Drain ist oben, Source ist unten. Der Balk wird manchmal auch nicht eingezeichnet. Hier habe ich ihn eingezeichnet. Der muss auf Ground liegen, bei einem N-Channel MOSFET. Wenn es einen N-Channel MOSFET gibt, gibt es natürlich auch einen P-Channel MOSFET. Der ist ganz ähnlich. Hier der Unterschied. Wir haben hier unten jetzt das N-Substrat, also das N-dotierte Gebiet. Und hier oben die P-dotierten Gebiete. Hier bei Source ist ein P-dotiertes Gebiet und bei Drain, deshalb nennt man hier diesen MOSFET jetzt P-Channel oder P-Kanal MOSFET. Weil dieser Kanal eben zwischen diesen zwei P-dotierten Gebieten liegt. Auch hier ist oben drüber eine Oxidschicht und auf der Oxidschicht ist Polysilizium, was das Gate realisiert, aufgetragen worden. Im Gegensatz zur Darstellung des N-Kanal MOSFETs hat man sich bei dem P-Kanal MOSFET gedacht, dass man das so kennzeichnet, dass man meistens beim Gate hier ein kleines weißes Kästchen vorsetzt, wobei hier einfach so ein Strich durchgezogen ist. Der Drain ist beim N-Kanal MOSFET oben, Source unten. Beim P-Kanal MOSFET ist das Ganze umgedreht. Das hier oben der Source und unten der Drain. Gate bleibt immer gleich. Wichtig ist außerdem, dass der Balk bei dem P-Channel MOSFET auf VCC liegt, denn beim N-Channel MOSFET lag der Balk ja auf Ground. Jetzt möchten wir uns mal kurz die Spannungsverteilung angucken. Hier haben wir einen N-Kanal MOSFET. Wir haben hier vorne das Gate, das Drain und Source. Und die wichtigste Spannung ist eigentlich die V-Gate-Source-Spannung. Also hier die Spannung von Gate nach Source. Denn das ist die Steuerspannung. Der MOSFET ist nämlich nicht stromgesteuert. Der Transistor wird spannungsgesteuert mithilfe von dieser Steuerspannung. In das Gate hinein fließt nämlich so gut wie kein Strom. Deshalb habe ich hier geschrieben ungefähr 0 Ampere. Der Strom von oben fließt über den Drain nach Source, wenn eine bestimmte Steuerspannung VGS anliegt. Wichtig ist dann noch die Ausgangsspannung V-Drain-Source am Ausgang von dem MOSFET. Wenn wir uns im Gegensatz dazu den P-Kanal MOSFET anschauen, ist das einfach so, dass wir hier ja Source und Drain getauscht haben. Hier aber trotzdem V-Drain-Source schreiben, obwohl das streng genommen von Source nach Drain ist. Und wir hier Drain-Source haben. Da man aber nicht so gern mit negativen Spannungen rechnet, macht man das einfach so, dass man den Pfeil hier genauso wie beim N-Kanal MOSFET von oben nach unten zeichnet. Und dann Betragsstriche dran setzt. Das ist dann von der Rechnung her später wesentlich einfacher, weil man nicht mit negativen Zahlen rechnen muss. Hier oben ist wieder die Steuerspannung zu finden, die V-Gate-Source-Spannung. Hier von Source nach Gate, also auch andersrum. Das hat denselben Grund wie bei der Spannung. Man will einfach nicht mit negativen Zahlen rechnen. Deswegen bildet man hier auch den Betrag. Und obwohl die Spannung eigentlich von Source nach Gate geht, sagt man eben, dass das trotzdem die Spannung V-Gate-Source ist. Und lässt so eben das Minuszeichen hier weg und bildet den Betrag. So, jetzt schauen wir uns das eigentlich Interessanteste an, nämlich wozu braucht man den MOSFET überhaupt und wann wird er eingesetzt. Den ersten Arbeitsbereich von dem MOSFET habe ich jetzt hier mal eingezeichnet, nämlich der MOSFET als Schalter. Wir haben ja eben darüber geredet, dass wir hier eine Steuerspannung haben, V-Gate, von Gate nach Source. Und wenn die eben kleiner als eine bestimmte Schwellenspannung ist, die Schwellenspannung ist abhängig von dem Bauteil, also von dem MOSFET, den wir verwenden. Wenn die Spannung von Gate nach Source kleiner ist als die Schwellenspannung, dann ist unser Schalter offen. Hier fließt also kein Strom von Drain nach Source. Wenn die Gate-Source-Spannung dann den Schwellenwert überschreitet, dann ist der Schalter zu. Der Strom ID ist dann ungleich 0 und fließt hier von Drain nach Source. Der erste Arbeitsbereich von so einem MOSFET ist also ganz wichtig, denn mithilfe von diesem MOSFET wird ganz einfach ein Schalter realisiert, der immer so gezeichnet wird. Der MOSFET kann aber nicht nur als Schalter fungieren, sondern auch als Verstärker. Der zweite Arbeitsbereich nennt sich Widerstandsbereich. Die Bedingung für den Widerstandsbereich ist jetzt, dass die Steuerspannung abzüglich der Schwellenspannung trotzdem noch größer ist als unsere Ausgangsspannung V-Drain Source. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, berechnet sich der Strom nach dieser Gleichung hier, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Wichtig ist aber, hier dieses Beta beschreibt die Verstärkung von unserem MOSFET, den wir auswählen. Heißt, der MOSFET als Bauteil hat oft eine Verstärkung angegeben. Hier ist das das Beta. Umso höher die Verstärkung von dem MOSFET, umso höher ist der Drain-Strom. Man kann in diesem Arbeitsbereich auch sagen, dass sich der MOSFET wie ein nicht-linearer Widerstand verhält. Ganz interessant ist noch, dass sich der MOSFET in diesem Verstärkerbetrieb so im Inneren verändert, dass sich der Inversionskanal so trapezförmig ändert. Der dritte und letzte Bereich von dem MOSFET ist dann der Sättigungsbereich. Auch hier arbeitet der MOSFET als Verstärker. Die Bedingung ist jetzt, dass die Spannung zwischen Drain und Source größer ist, als die Steuerspannung V-Gate-Source minus der Schwellenspannung VTH. Wenn das erfüllt ist, befindet sich der Transistor in Sättigung und ist voll durchgesteuert. Der Drain-Strom-ID lässt sich dann nach dieser Formel hier berechnen. Auch hier wird wieder das Beta mitverrechnet, was wieder die Verstärkung von dem Transistor charakterisiert. Charakteristisch für den Sättigungsbereich als Arbeitsbereich für den MOSFET ist auch dieser abgeschnürte Kanal. Der wird also noch dünner am Anfang als im zweiten Arbeitsbereich. Man kann sagen, dass der MOSFET hier als Stromquelle fungiert. Was man sich zum MOSFET auch noch anschauen sollte, ist die Kennlinie. Die habe ich jetzt mal versucht hier aufzuzeichnen. Auf der X-Achse haben wir die Drain-Source-Spannung, auf der Y-Achse den Strom-ID. Diese Kennlinien hier sind für verschiedene Steuerspannungen VGS eingezeichnet. Umso größer VGS, umso größer ist auch der Drain-Strom. Das sieht man hier. Dann findet man hier in dieser Ausgangskennlinie auch den Widerstandsbereich und den Sättigungsbereich wieder. Im Sättigungsbereich sehen wir natürlich, dass der Drain-Strom sich irgendwann nicht mehr erhöht. Ganz anders im Widerstandsbereich, da erhöht sich natürlich der Drain-Strom immer weiter, bis der MOSFET eben in die Sättigung getrieben wird. Im Gegensatz zum Bipolar-Transistor haben wir jetzt natürlich die neuen Bezeichnungen mit Gate, Source und Drain, anstelle der Bezeichnungen Basis, Kollektor und Emitter. Außerdem wichtig ist eben, dass der MOSFET im Gegensatz zum Bipolar-Transistor spannungsgesteuert ist. Die Steuerspannung VGate-Source ist hier eben beim MOSFET ganz wichtig. Beim Bipolar-Transistor ist es ja so, dass der einen bestimmten Strom in die Basis benötigt und der MOSFET benötigt eben eine bestimmte Spannung am Gate, um in die Arbeitsbereiche eintreten zu können. So, das war es auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Mir ist bewusst, dass der MOSFET ein ziemlich detailreiches Bauteil ist und dass man dazu viel, viel mehr sagen kann. Aber ich denke, das gibt euch schon mal einen ganz guten Einblick in dieses komplexe Bauteil und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.